Wie sollte es anders sein? Die Grünen haben mal wieder für Ärger gesorgt mit ihren total schwachsinnigen Ideen. Und auch in der Ampelkoalition sind sich die Parteien nicht einig. Streit ist vorprogrammiert. Wir können immer nur hoffen, dass diese Ampel endgültig mal zusammenbricht an diesem ganzen grünen Schwachsinn. Aber anscheinend ist SPD und FDP sehr leidensfähig oder besser gesagt genauso ideologisch Verblendete wie die Grünen oder ähnlich und ertragen so einiges. Es geht um die Demontage unseres Gasnetzes, nachdem die Grünen ja bereits unsere Atomkraftwerke abgeschaltet haben und sofort mit dem Rückbau begonnen haben. Also sofort die Zerstörung der Atomkraftwerke eingeleitet haben, damit eine Nachfolgerregierung eigentlich überhaupt keine Chance mehr hatte, diese Kraftwerke wieder ans Netz zu nehmen. Und nach genau dem gleichen Plan, man könnte sagen dem Plan der verbrannten Erde, ziehen die Grünen jetzt auch hier auf unser Gasnetz ab und wollen das auch ein für allemal zerstören, sodass eine Folgeregierung das Gasnetz nicht wieder in Betrieb nehmen kann. Habecks Wirtschaftsministerium sieht ein Rückbau des Gasnetzes voraus, schreibt hier Apollo News. Kritik von Koalitionspartnern weisen die Grünen zurück. Die Grünen weisen generell immer Kritik zurück. Die Grünen halten sich für unfehlbar, für die absolute moralische Instanz. Ja, ja, da würde sogar Michel Friedmann blass werden. Die Älteren von euch kennen den guten Mann sicherlich noch. Er war ja sonst immer die moralische Instanz in Deutschland, bis er da über eine Prostituierten- und Kokainaffäre geflogen ist. Paolo Pinkel hieß der gute Mann, müsst ihr unbedingt mal googeln. Aber ich verrenne mich hier. Brisant ist vor allem, dass die Wärmewende durch die Zerstörung unumkehrbar gemacht werden würde. Ja, das ist das, was ich gerade schon gesagt habe. Die Grünen wollen sozusagen verbrannte Erde hinterlassen. Nach denen soll kein anderer mehr dieses Gasnetz in Betrieb nehmen. Und das ist natürlich absolut fatal für uns. Weil ähnlich wie mit den Atomkraftwerken, die sie einfach abgeschaltet haben, ohne eine Alternative dafür zu haben. Ja, wir haben Strommangellage meiste Zeit in Deutschland und müssen Strom aus dem Ausland einkaufen. Atomstrom meistens, weil rund um uns herum gibt es zahlreiche Atomkraftwerke. Viele andere Länder setzen auf Atomkraft, um diese CO2-Wende durchzuführen. Und so kaufen wir eigentlich Atomstrom ein oder schmutzigen Kohlestrom aus Polen. Und das alles, weil einfach abgeschaltet wurde, ohne vorher für eine vernünftige Ersatzlösung zu sorgen. Und genau das gleiche wollen die jetzt mit dem Gasnetz machen. Die wollen das Gasnetz abbauen. Wir haben aber noch überhaupt gar keine Alternative, um unsere Häuser zu beheizen oder um Firmen mit Gas zu versorgen, Energie zu versorgen. Was sollen die denn sonst da verheizen? Aktuell hat unser Gasnetz noch eine Länge von 500.000 Kilometern. Also ist schon beeindruckend, wie viel Gasrohre da verbaut sind. Und bei den grünen Plänen handelt es sich dann explizit auch um die Verweigerung von Neuanschlüssen und den Rückbau auch auf Privatgrundstücken. Dieses Papier sorgte vor wenigen Wochen bereits für Wirbel. Jetzt haben sich aber auch die Politiker der anderen Koalitionsparteien da zu Wort gemeldet. Als FDP-Fraktion sehen wir die technologische Entwicklung und künftige Verfügbarkeit von Wasserstoff deutlich optimistischer, als man das offenbar im Bundeswirtschaftsministerium tut, sagte der Vizefraktionsvorsitzende FDP, Lukas Köhler, gegenüber der Rheinischen Post. Die Diskussion über die Stilllegung von Gasnetzen sei deshalb vollkommen unangemessen. Ja, das müssen wir ja auch in Betracht ziehen. Wenn wir in Zukunft diesen Wasserstoff, diesen sogenannten grünen Wasserstoff vielleicht zur Verfügung haben, brauchen wir gewisse Netze, um auch den zu verteilen. Jetzt ist die Frage, ob man einfach Erdgas durch Wasserstoff ersetzen kann oder die Rohrleitung auch für Wasserstoff nutzen kann. Da muss man mal gucken, Wasserstoff ist ja wesentlich gefährlicher, was das Explodieren, glaube ich, angeht. Und da müsste man gucken, ob das überhaupt kompatibel ist. Aber ich denke, erstmal würde ich sagen, könnte man wahrscheinlich anstatt Erdgas dann Wasserstoff durch die Leitungen durchschicken. Und deswegen könnte man die Gasnetze in Zukunft eventuell noch gebrauchen. Oder man weiß es ja nicht, wie die Forschung vorangeht. Vielleicht haben wir in Zukunft noch ein ganz anderes Gas, was wir vielleicht verwenden könnten, was ökologisch ist. Auch von der SPD gibt es Kritik. Die Zukunft des Gasnetzes hängt von verschiedenen Faktoren ab. Darunter auch die noch bevorstehende kommunale Wärmeplanung, die gesetzlich bis Mitte 2026 für Kommunen über 100.000 Einwohnern und bis 2028 für Kommunen unter 100.000 Einwohnern vorzulegen ist, sagt der energiepolitische Sprecherin Nina Scheer der Rheinischen Post. Und da sehen wir da auch schon wieder, die Planung für die zukünftige Wärmeversorgung unserer Kommunen und Städte ist noch gar nicht abgeschlossen. Und die Grünen wollen schon mit der Axt durch den Wald gehen und alles kahl roden, wollen das Gasnetz unwiederbringlich zerstören. Wie sollte es anders sein? Die Grünen verteidigen natürlich gegenüber der Zeitung ihre Position. Schon heute ist nicht jedes Privathaus an das Gasnetz angeschlossen. In 50 Jahren werden es absehbar tatsächlich weniger sein als heute, erklärt Ingrid Nestle von den Grünen. Wieder mal total grüner Schwachsinn. Meiner Meinung nach, natürlich sind nicht alle Häuser ans Gasnetz angeschlossen. Das Gasnetz geht ja auch nicht bis ins kleinste Dörfchen hinein. Und da gibt es dann natürlich auch Häuser, die anders heizen. Noch gibt es ja da viele Methoden, um sein Haus zu beheizen. Die Grünen wollen das natürlich nicht. Die wollen uns ja ihre Wärmepumpen aufzwingen. Für die Wärmepumpen ist ja überhaupt noch gar nicht das Versorgungsnetz gebaut. Denn die Wärmepumpen brauchen Strom. Genauso wie Elektroautos Strom brauchen. Und unser derzeitiges Stromnetz ist für diese Mengen an Strom überhaupt gar nicht ausgebaut. Dementsprechend funktioniert das auch alles nicht. Und deshalb sage ich mal, wenn wir aktuell noch keine vernünftigen, brauchbaren Alternativen haben, die auch umsetzbar sind, sollten wir unser Gasnetz nicht anfassen. Was wir haben, haben wir. Was wir kriegen, wissen wir nicht. Und deswegen sollten wir das Gasnetz unter allen Umständen lassen und nicht abbauen. Aber in der Realität sieht es anders aus. In einigen Kommunen wird der Rückbau bereits Realität. Unter anderem die Stadtwerke Augsburg haben laut der Welt bereits mit dem Rückbau und der Stilllegung von Gasleitungen begonnen. Es geht um den Ersatz durch Fernwärme. Und da ist ja auch die Frage, von wo kommt die Fernwärme? Kommt die von bösen Kohlekraftwerken, die in Zukunft auch abgeschaltet werden? Oder sind es Müllheizkraftwerke oder Biogasanlagen? Keine Ahnung, was es da alles so gibt, was Fernwärme erzeugt. Also bleibt die Fernwärme uns erhalten? Oder ist das dann auch nur so lange, bis das Kohlekraftwerk abgestellt wird und dann ist die Fernwärme weg? Also das ist ja hier fraglich, was da passiert. Politisch ist das Thema Rückbau vor allem insofern brisant, weil es die Wärmewende unumkehrbar machen würde. Auch künftige Regierungen können bei anderer Sichtweise die Beschlüsse nicht mehr abändern, weil schlichtweg auf technischer Ebene Fakten geschaffen wurden. Ähnlich war es bei dem überalten Rückbau und der teilweise Zerstörung der Atomkraftwerke. Genau das, was ich eingangs schon erwähnt habe. Da haben sie ja auch schon alles so zerstört, dass man die Atomkraftwerke jetzt nicht einfach wieder ans Netz bringen kann. Und ich glaube, da steckt ein teuflischer Plan der Grünen dahinter. Die wissen ganz genau, dass diese Regierung, an der sie jetzt beteiligt waren, vorerst die letzte sein wird. Hoffen wir es mal, weil die Wahlergebnisse zeigen ja doch schon eine Tendenz dahin, dass die Leute die Grünen und deren Bevormundung einfach nicht mehr haben wollen. Und deshalb ist zu hoffen, dass eine andere Regierung in Zukunft die Wärme- und Energiepolitik anders angeht als die Grünen. Und genau davor haben die Grünen Angst. Sie wollen ihre aktuelle Politik in Stein meißeln, uns vor vorendete Tatsachen setzen. Sie wollen alles zerstören, was in ihre Ideologie nicht hineinpasst, sodass eine zukünftige Regierung keine Chance hat, wieder die altbewährten Techniken zu nutzen. Mich würde jetzt auf jeden Fall interessieren, wie seht ihr die Energiewende? Habt ihr auch Ideen, wie man die Energiewende vernünftig umsetzen könnte, sodass es auch funktioniert und unserer Wirtschaft nicht mehr schadet als nutzt oder uns Bürgern nicht so viel kosten würde? Schreibt das gerne mal unten in die Kommentare. Ansonsten teilt gerne das Video, um aufzuzeigen, wie gefährlich die grüne Abrissbirne hier im Land am Kreisen ist. Falls ihr es noch nicht getan habt, denkt dran, den Kanal abonnieren, die Glocke aktivieren, damit euch die Videos in Zukunft auch angezeigt werden. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut!